ARD Text im Auftrag von Funk Oh Gott, Beats! Das sollte man vielleicht nicht sehen, damit nicht jeder hier kringelt und so. Oh Gott, Beats! Hey, da bist du ja. Ich frage mich halt, warum er zu spät kommt, weil eigentlich hat er ja krass die Zeit. Wo bleibt, wo ist er denn? Wir warten eine halbe Stunde. Die ganze Zeit umsonst für ihn macht Beats ein nach dem anderen. Er kriegt nichts dafür, nicht mal ein Danke. Es ist halt einfach, ja. Ich glaube an den Bruder, was soll ich sagen? Ich feiere ihn als Rapper so. Er ist auf jeden Fall ein Leuteschinder. Immer mehr, immer mehr, noch ein Beat, noch ein Beat. Alle Beats, die ich mache, gebe ich ihm. Es bleibt wenig für mich übrig am Ende des Tages. Ich glaube an ihn, er ist auf dem richtigen Weg. Die Stimmung im Keller wieder. Ey, für mich ist alles cool. Ich weiß nicht, warum für dich jetzt die Stimmung im Keller ist. Ich glaube an ihn, er ist das Schlimm im Keller ist. Aber ich möchte ihn nicht, er ist wieder zu spät. Aber ich kann mich nicht, nicht zu spät. Ich kann mich nicht immer wieder auf dem Mieter, wissen, wir können mich nicht zu spät. da habe ich mich nicht an den Garten am Ende des Tages. Ich will es.